Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war eben einkaufen und naja, darum geht es heute mal nicht. Es geht hauptsächlich darum, dass ich eben ein Gespräch von zwei Männern, Jungs, wie auch immer, zuhören durfte, die sich über ein Thema unterhalten haben, um das es heute in diesem Video geht. Nämlich hat der eine dem anderen erzählt, dass er gerade eine neue Flamme hat und der andere musste ihm einfach Tipps und Ratschläge geben im Umgang mit einer Frau, wie man eine Frau richtig behandelt, was wir Frauen unbedingt wollen, was wir brauchen und ja, was soll ich sagen? Ich wusste nicht, ob ich lachen oder lautlos lachen soll. Richtig, liebe Männer, solch ein Verhalten macht uns Frauen verrückt. Nur leider anders, als es euch wahrscheinlich lieb ist. Denn Frauen entwickeln in genau solchen Situationen fast übernatürliche Kräfte. Mit übernatürlichen Kräften... Warum? Verrückt macht es uns hauptsächlich aus dem Grund, weil wir in genau solchen Situationen dann ein wirklich fast übermenschliches Talent entwickeln, nämlich das Talent, das jeden CIA-Agenten neidisch werden lässt. Denn wenn ihr euch nicht bei uns meldet und euch nicht schnell genug... Was heißt schnell genug? Nein, aber wenn ja, wenn wir sehen, dass da zwei blaue... Zwei, zwei... Warum mache ich jetzt so? Egal. Zwei blaue Häkchen bei WhatsApp sind und ihr uns nicht sofort zurückschreibt, dann werden wir Frauen hellhörig und dann erwarten uns so eine Art super natürliche Kraft. Nämlich werden wir dann, ja, zu so kleinen Geheimagenten. Wir können dann nämlich innerhalb von wenigen Minuten rausfinden, wo ihr zuletzt wart, was ihr zuletzt gegessen habt, mit wem ihr euch zuletzt getroffen habt, wann ihr euren Facebook-Account gemacht habt, wen ihr alles geliked habt, wann eure letzte Beziehung war, warum eure letzte Beziehung in die Brüche gegangen ist, wer eure Ex ist, nehmt Kontakt zu eurer Ex auf und und und. Aber das verraten wir euch natürlich nicht, wenn wir euch kennenlernen, dass wir das können. Aber glaubt mir, wir können´s. Also, ganz ehrlich, schreibt uns doch einfach zurück. Ist das so schwer? Nein. Was denken Männer, was wir Frauen brauchen? Hm. Männer glauben allen Ernstes, dass wir Frauen glücklich sind, wenn wir eine Mörderlatte brauchen. Ja, eine Mörderlatte. Und nein, ich rede jetzt nicht von dem Getränk Latte. Ich rede von dem, was die Herren der Schöpfung da unten rumbaumeln haben. Schwing, schwing, schwing. Nein, liebe Herren. Äh, äh, brauchen wir nicht. Sex. Einen Typen mit Geld. Blowjobs. Und das am besten rund um die Uhr. Weil wir können uns nichts Besseres vorstellen, als rund um die Uhr an eurer Nudel zu lutschen. Nein, tun wir nicht. Definitiv nicht. Nein, 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 nein. Wir machen es, wir machen es gerne. Aber nicht rund um die Uhr. Hm, hm. Und hier kommen die knallharten Fakten, was Frauen wirklich wollen. Und mit wirklich meine ich wirklich. In der Öffentlichkeit rumfurzen und rumrülpsen zu können, ohne dass uns die Umwelt gleich anguckt, als hätten wir irgendeine ansteckende Krankheit. Morgens nach dem Aufwachen nicht direkt aussehen wie ein Zombie. Schokolade. Obwohl wir gerade dabei sind, einfach mal so viel essen zu können, ohne dabei aufzugehen, wie so ein Nilpferd. Wir wollen keine Geschenke und wir wollen erst recht keine Blumen. Wir wollen Christian Grey, der uns mit seinem Helikopter durch die Gegend fliegt. Sich einfach mal in den Schritt greifen zu können, in aller Öffentlichkeit, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie viele umherstehende Menschen jetzt denken, dass man Notgeil ist. Apropos, ein Penis wäre auch nicht schlecht. Schwingen, schwingen, schwingen. Wir wollen Mascara, der wirklich wasserfest ist. Wir wollen Lippenstift, der wirklich kussfest ist. Wir wollen, dass unsere schlechte Laune nicht immer gleich auf unsere Periode geschoben wird. Wir haben auch mal so schlechte Laune. Und manchmal seid ihr da nicht ganz unschuldig dran. Nur mal so als kleiner Hinweis. Apropos, Menstruation ohne Schmerzen wäre doch auch mal was Geiles. Und jetzt, liebe Herren der Schöpfung, kommt der ultimative Tipp, wie ihr eine Frau halten könnt. Nämlich, das Vorspiel besteht nicht daraus, eure Herzdame einfach mal an die Muppe zu fassen oder an den Schritt zu greifen und ganz subtil zu sagen, ey, Ficken. Nein! Ordentliches Vorspiel, dann läuft's auch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Oder wenn nicht, dann eben nicht. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, teilt es mir unten in den Kommentaren mit. Abonniert meinen Kanal und bis im nächsten Video. Ciao, eure Jenny.